Letztes Jahr habe ich die 100.000 Euro mit meinem ITF im Depot geknackt. Und dieses Jahr muss ich dafür leider teuer bezahlen, denn die Vorabpauschale für Investmentfonds fällt an. Wie viel das ist und warum das dich nicht vom Investieren abhalten sollte, das erfährst du in diesem Video. Hallo Freunde, hier ist wieder Kai, euer Geldkater. Wie immer seht ihr hier, wie ihr euch ein 6-stelliges Depot mit einem ITF aufbauen könnt. Und heute haben wir ein leidiges Thema und zwar Steuern zahlen. Keiner macht es gerne, aber es ist unsere Pflicht. Und ich als braver Bürger muss natürlich auch die Steuer bezahlen. In diesem Fall geht es um die Vorabpauschale auf Investmentfonds. Mit meinem ITF habe ich letztes Jahr ordentlich Gewinne gemacht. Und dieses Jahr fallen natürlich anhand der Berechnung für letztes Jahr die Vorabpauschale an. Wie viel das ist, das schauen wir uns mal im Detail an. So, wir sind jetzt in Portfolio Performance und ich möchte einfach nur das Depot vom 01.01. bis zum 31.12.2020 zeigen. Das ist wirklich der Wahnsinn, was letztes Jahr passiert ist. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich bis Ende des Jahres die 100.000 Euro knacken werde. Und ja, ich bin einfach nur dankbar für all diese Erfahrungen. Trotz Crash oder gerade wegen dem Crash konnte ich das Ganze für mich realisieren. Und das Ganze teile ich mit dir, um dir Mut zu machen. Um zu zeigen, was möglich ist, wenn man stetig dran bleibt und investiert. Und letztes Jahr, sieht man hier, war der Anfangswert am 01.01. noch bei 53.000 Euro. Und ja, bis Ende des Jahres habe ich es fast geschafft, das Ganze zu verdoppeln. Natürlich mit eigenen Einzahlungen und Investments. Ich habe Kurserfolge realisiert und zwischendurch mich günstiger eingekauft. Ja, und den Kurserfolg von 22.500 Euro fast. Damit war natürlich nicht zu rechnen mit dem Crash. Es gab natürlich extrem krasse Monate, wo es ordentlich runterging. Hier im Februar, März oder dann nochmal im September, Oktober. Aber im Großen und Ganzen gab es trotzdem eine positive Rendite von 33,9%. Das ist echt unglaublich, wenn man das Ganze jetzt so im Rückblick sieht. Und wenn du dir jetzt hier den Kurserfolg siehst, wenn ich das ganze Depot jetzt zu Geld machen würde und meine Anteile verkaufen müsste, sage ich mal, würde ich natürlich 26,4% an Kapitalertragssteuer zahlen müssen. Da ist noch Kirchensteuer nicht eingerechnet. Und bei dem Gewinn wären das knapp fast 6.000 Euro, also 5.900 und paar zerquetscht drin. Das ist natürlich schon immens viel, was dann noch an Steuer abgehen würde. Aber deswegen tesoriere ich das Ganze und lasse das über die Jahre für mich arbeiten. Und ja, schauen wir mal, was an Steuern dann anfällt. Obwohl es dann ein tesorierender ETF ist, muss ich trotzdem eine Vorabsteuer bezahlen. Und dazu kommen wir als nächstes. Vielleicht hast du schon gerade eine Summe im Kopf, wo du dir denkst, okay, das müsste ich vorab zahlen bei einem Depotwert von 101.000 Euro. Ja, musste ich jetzt hier selber noch mal kurz überlegen. Das ist echt, ja, Wahnsinn mittlerweile. Und ja, die Steuer wird entsprechend lustig werden. Schauen wir das uns mal als nächstes an. So, hiermit ist das Geheimnis gelüftet. Und zwar ist das jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen unübersichtlich, aber wir arbeiten uns mal von oben nach unten durch. Und zwar siehst du, dass es für das Geschäftsjahr 2020 ist, also vom 01.01. bis 31.12. wie gehabt. Und dafür werden entsprechend die Stückzahlen einberechnet. So ganz habe ich es auch nicht verstanden, aber ich sehe zumindest, dass die steuerpflichtige Vorabpauschale 32,29 Euro beträgt. Ja, das ist das Einzige, was mich interessiert, was ich an Steuern zahlen muss. Und davon geht halt noch ein steuerfreier Anteil wegen der Teilfreistellung ab. Das heißt, am Ende muss ich gerade mal 22,61 Euro für das letzte Jahr vorab bezahlen. Und das bei einem Depot von knapp 100.000 Euro mittlerweile. Und wie du unten siehst, muss ich den Betrag noch nicht einmal zahlen, denn das Ganze wird verrechnet mit meinem Sparerpauschbetrag. Den habe ich eingestellt auf 1.552 Euro. Der Rest läuft über mein Einzelaktiendepot. Da sacke ich noch ein paar kleine Dividenden ein. Ansonsten habe ich da vorwiegend Wachstumsaktien, wo dann keine Steuer anfällt. Da betreibe ich auch entsprechend Buy and Holt und lasse das Ganze einfach mit meinem ITF-Depot anwachsen. Jetzt hast du gesehen, wie viel ich an Gewinnen letztes Jahr gemacht habe und wie viel ich an Steuern tatsächlich vorauszahlen muss. Ich bin mal gespannt, ob du dachtest, dass die Steuer höher oder niedriger gewesen wäre. Hinterlasse mir da einfach mal einen Kommentar. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch über ein Like von dir freuen, wenn dir das Ganze gefallen hat und du was für dich daraus mitnehmen konntest. Mein Ziel ist es im Prinzip, dir die Angst vor dem Investieren zu nehmen. Ich mache das natürlich sehr extrem in einem ITF, aber das veranschaulicht am besten, wie sich das Ganze mit so hohen Summen verhält. Ich bin im Prinzip noch ganz am Anfang dieser Reise. 100.000 hört sich unglaublich viel an und ich will das auch nicht kleinreden, weil die wenigsten haben so viel Geld auf der hohen Kante. Und ich bin auch dankbar dafür. Und mit dieser Dankbarkeit möchte ich einfach all diese Erfahrungen teilen. die Angst zu nehmen, allen anderen, die halt noch nicht so viel ansparen können oder vielleicht noch sich gar nicht trauen, so viel an der Börse zu investieren. Ich möchte einfach mit diesem Weg aufzeigen, was einerseits möglich ist mit einem ITF und jeder kann sich daraus die wichtigsten Nuggets für sich rausnehmen. Es muss nicht ein einziger ITF sein. Man kann auch in verschiedene ITFs investieren. Das Gleiche geht natürlich mit Einzelaktien. Nur da braucht man natürlich noch mehr Fachwissen, muss sich besser einarbeiten und ich mache im Prinzip so ein Mitteling zwischen beiden. Jedes Mal steigt mein Depot, so hoffe ich das doch auf lange Sicht und selbst wenn er in ein Crash kommt, wie zuletzt, weißt du, wie ich reagieren werde. Ich nehme dich weiterhin mit und hoffentlich abonnierst du meinen Kanal, um weiterhin natürlich auch nichts zu verpassen, all die neuen Sachen, die ich kennenlerne und mit dir teilen werde und ja, ganz viele neue ITFs, die ich auch gerne vorstellen und analysieren möchte. Bleib gesund, ich möchte das auch nicht zu lange in die Länge ziehen und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Alles Gute, dein Kai. EINK 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 Bis zum nächsten Mal.